Was ich an Anna und Oskar so toll finde, ist, dass das Design wirklich schön schlicht ist. Schaut schick aus. Ich habe ihn jeden Tag in der Arbeit mit. Ob ich ihn als wirklich Wickelrucksack benutzen möchte für die Uni oder für die Arbeit. Ich bin damit immer super gut ausgerüstet. Für mich einige Probleme gelöst.